Willkommen bei E-Tech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um eine Aufgabe zu einem fremderregten Gleichstrommotor. Die Lösung der ersten vier Fragen A bis D habe ich bereits im vorigen Video durchgeführt. Hier geht es jetzt um die Fortsetzung und damit um die Lösungen der letzten drei Fragen. Wenn sich eine Spule, zum Beispiel die Ankerspule des Motors, in einem Magnetfeld befindet, zum Beispiel dem Magnetfeld des Fremderregers, und sich dabei auch noch dreht, dann wird in ihr eine Spannung induziert. Je schneller sie sich dreht, egal ob ein Strom durch sie fließt oder nicht, also je schneller sie sich dreht, umso stärker ist der Induktionseffekt. Soll heißen, umso größer ist die Spannung, die dabei in der rotierenden Spule induziert wird. Die Spule kann besonders schnell rotieren, wenn sie nicht mechanisch gebremst wird. Zum Beispiel dreht die Scheibe einer Flex etwas schneller, wenn sie das Werkstück nicht berührt. Die Frage lautet jetzt, wie hoch ist die induzierte Spannung im Leerlauf? Die Antwort auf diese Frage erfordert mehr Sachverstand als Taschenrechner. Denn die induzierte Spannung ist im Leerlauf fast so groß wie die angelegte Ankerspannung. Warum ist das so? Ohne bremsende Last steigt die Drehzahl. Damit steigt auch die Winkelgeschwindigkeit Omega, mit der sich die Ankerspule im Erregerfeld dreht. Mit Omega erhöht sich aber auch der Induktionseffekt. Die Gegenspannung, die durch das Feld in die Ankerspule induziert wird, wächst und schwächt damit die angelegte Spannung. Ohne Spannung fließt auch kein Strom. Der Ankerstrom sinkt also. Da der schwächelnde Strom auch durch den Ankerwiderstand fließt, fällt jetzt weniger Spannung an diesem Ankerwiderstand ab. Die beiden Platzhirschen, die sich jetzt noch gegenüberstehen, sind die angelegte Ankerspannung und die im Anker induzierte Gegenspannung. Also erreicht beim Leerlauf die induzierte Spannung immer nahezu den Wert der Ankerspannung. Um die nächsten beiden Parameter zu bestimmen, ist es hilfreich, die drei wichtigsten Gleichungen des Gleichstrommotors zu kennen. Den Maschensatz, die Yukau-Gleichung und die McCoy-Gleichung. Ich habe sie bereits in einem anderen Video vorgestellt. Los geht es zunächst mit der Berechnung des Produkts C, Maschinenkonstante, mal Phi, Magnetfeld, das hier von außen zugeschaltet ist. C mal Phi, Maschinenkonstante mal magnetischer Fluss. Und hier verwende ich eine der drei wichtigsten Gleichungen für den Gleichstrommotor, nämlich die McCoy-Gleichung. Mn ist gleich C mal Phi mal In. So, da steckt das C mal Phi drin, da löse ich also direkt nach C mal Phi auf. Das ist also das Nen-Drehmoment geteilt durch den Nen-Strom. Und die Zahlen habe ich. Nichts wie einsetzen. 5,796 Newtonmeter geteilt durch 9 Ampere. Im Taschenrechner liefert das Ganze natürlich ein Ergebnis. Ich schreibe es mal ein bisschen hier unten hin. C mal Phi ist gleich ausgerechnet 0,6366. Und jetzt bei der Einheit, auch wenn es langweilig erscheint, aber ich brauche die Einheit immer, um zu wissen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder was völlig Falsches rechne. Jetzt steht hier oben Newton mal Meter durch Ampere. Es gibt einen Schlüssel, den sollte man sich merken. Ich schreibe es extra mal auf. Der vergleicht die elektrische Leistung mit der mechanischen Leistung. Die elektrische Leistung, wissen wir alle, ist Ampere mal Volt. Die mechanische Leistung ist Watt. Und Watt ist nichts anderes als Kraft mal Weg durch Zeit. Also Newton mal Meter durch Sekunde. Wenn ich mir jetzt angucke, was da oben steht, Newton mal Meter, dann könnte ich das Newton mal Meter ja schon mal durch Ampere Volt Sekunde ersetzen. Und dann würde da oben stehen Ampere Volt Sekunde und unten steht nochmal ein Ampere. Das kürzt sich weg, also bleibt Volt Sekunde übrig. Das heißt, C mal Phi ist gleich 0,6366 Volt Sekunde. Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl? Die Leerlaufdrehzahl ist nicht unendlich. Warum nicht? Im Leerlauf steigt die induzierte Spannung zwar an, aber sie sägt gleichzeitig den Ast ab, auf dem sie sitzt. Soll heißen, je höher sie ist, umso mehr wirkt sie auch den Strom ab. Wenn aber kein Strom mehr durch die Ankerspulen fließt, wirkt auch keine Lorentzkraft mehr auf die Spule. Ohne Lorentzkraft kein Drehmoment. Ohne Drehmoment keine Rotation. Ohne Rotation steht die Spule still. In eine ruhende Spule wird einfach keine Spannung induziert. Die Leerlaufdrehzahl darf also nur so hoch sein, dass die dann induzierte Spannung noch einen kleinen Strom fließen lässt. Diese Leerlaufdrehzahl kriege ich wieder aus einer der drei wichtigsten Gleichungen, nämlich aus der Yu-Cow-Gleichung. Das heißt konkret U induziert ist gleich C mal Phi mal Omega. Und wie ich eben noch gezeigt habe, kann man das Omega so umschreiben, dass man direkt die Drehzahl da drin hat. Also U induziert ist gleich C mal Phi mal 2Pi. In dem Fall ist das ja die Leerlaufdrehzahl durch 60 Sekunden pro Minute. Beim Leerlauf ist es eben so, dass die induzierte Spannung nahezu so groß wird wie die Nennspannung. Oder besser hier ungefähr hin. Und die Nennspannung kennen wir, die kennen wir nicht, die wollen wir haben. C mal Phi haben wir gerade vorher ausgerechnet, also sind wir eigentlich schon fertig. N Null ist gleich, so das wären jetzt 30 Sekunden pro Minute, weil ich hier schon durch die 2 geteilt habe. Mal U Nenn geteilt durch unsere Doppelkonstante und dann noch das Phi. Ja, Zahlen einsetzen, dann wären das 30 Sekunden pro Minute. Die Nennspannung war 210 Volt. Das Ganze teilen wir durch 0,6366 Volt Sekunde. Da kürzen sich die Volt schon mal weg. Und das Phi bleibt da unten noch stehen. So, dass schließlich die Leerlaufdrehzahl gleich 3.150 Umdrehungen pro Minute groß ist. So, ich hoffe du bist jetzt ein wenig sicherer im Umgang mit Gleichstrommotorberechnungen. Wenn ja, klick mir bitte auf den Daumen. Danke. Und dir wünsche ich noch viel Erfolg beim Weiterlernen. Ciao.